Moin Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Rehab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und die Runde ist einfach direkt im Anschluss, ich hab gerade richtig hart Bock mit dieser Waffe auf Combine zu spielen. Ich hab Bock, Digga, einfach oben reinballern und alles zerstören. Ich stell mir das so gut vor, weil es in so gut wie jeder Runde eigentlich einen Camper in einem Haus gibt und das Ding ballert ja quer durch die Bude. Und ich stell mir das ganz witzig vor. Einfach mal hier hoch. Oh, schon Kandidaten und direkt ein Dach. Oh nö, Partyeinladung. Geh. Ich hab ihn absolut nicht gecheckt. Ah, hätt ich mit dem Ding Turnern gegeben. Das wär so gut gewesen. Na, schade. Stimmt, die hätten ja auch mit Konter-Drohne geiern können. Hier war ein Hinterrad erwischt. Das ist alles so ein Timing. Na, komm, bleib stehen. Ah, der Wichser. Das ist bei der ganz schwer, das zu fokussen. Die Streak. Ah, merkt, das ist kein Rakete-Werf. Ey, bin 06. Uff. Easy. Wie? So, komm her. Komm her, Buddha. Komm einfach an. Hä? Hä? Okay. Weiß Gott, wo die Disco hingeflogen ist. Also ich hab dafür ja den Namen hier. Scheibchenmaschine. Den find ich eigentlich auch ganz passend. Oh, hätt das getroffen, gell. Ich hätt so rumgeschrien. Oh, Hater. Wo ist das Ding? Ich seh nicht. Oh. Boah. Bleib stehen. Das hab ich. Ah, wo schießt der hin? Oh, es wär so gut gewesen, hätte ich getroffen, Leute. Ist mir jetzt zwar egal, ich grad über das Maul krieger, ich find's einfach nur gut. Du, du kannst einfach treffen, obwohl du nicht mal weißt, dass dein Gegner ist. Das ist ja das Geile dran, Alter. Schieß einmal irgendwo hin. Du kannst nur klung, klung, klung und siehst 100 Punkte plus. Er hat mich und ein Teammate zerschnitten. Du, Spasti. Er hat mich wieder. Die gibt's nicht. Leute. Leute, zerschneidet einfach mich und ein Teammate und dann zerschneidet er mich nochmal. Die haben gerade echt Spaß, ey. Die Gegner haben mich schon relativ. Arsch. Geh. Ey, hör. Ja, auch nicht zum Klicken. Spaß, die hier. Och, Teammate. Verpiss dich doch, bitte. Na, als ob das jetzt anfängt mit Längen, oder? War richtig komisch. Meine Disks sind vorhin geflogen. Hab ich getroffen? Nö. Warum auch? Ah, ich hab gedacht. LOL. Im Nachhinein noch einen Kill bekommen. Ja, genau. Ah. Naja, Leute. Oh, jetzt ist eine schnelle Runde. Wir haben absolut das Mal bekommen. Ah, na. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.